ich kann mal kurz umschauen ob hier noch irgendwas ist im loot drin oder jetzt noch mal hoch ich weiß es nicht hast du ihn getötet ich habe getan was nötig war du musstest schon mal leute töten nicht wahr du bist das gewohnt wir tun was nötig ist um zu überleben tiere verstehe ich sie sind nahrung traugar sollten ohnehin tot sein aber menschen wollen doch auch nur überleben verschließe dein herz davor auf unserer reise werden uns alle möglichen kreaturen angreifen verschließe dein herz vor ihrer verzweiflung verschließe dein herz vor ihrem leid lass nicht zu dass du etwas für sie empfindest sie haben kein mitleid mit dir ich verstehe war das schon immer hier neues wird schon fast auf tippen hilf mir mal darauf dann sehe ich mehr und erst die kisten verfröre wiking kisten und fässer ich habe einfach nur geraten da jetzt habe ich dir darauf noch governor das so vielleicht eine fragen stellen überhaupt das war glaube ich gerade keine gute idee ich muss noch mal runter die brücke noch mal runter lassen als grieße wahrscheinlich nicht runter war was da war weil es schön war ich habe nicht gesehen dass er auch über die brücke muss dieser hängende eimer mutter hat gesagt und ins jünger füllen sie mit geschenken hängen sie auf wo die sie nicht erreichen der saß als wäre sehr alt was meinst du die götter zu verehren den göttern sind sie völlig egal menschen sollten keine monster anbieten ja und das sagte mich jetzt nachdem ich die brücke darum hat ja 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 vater werden wir auf dem weg anderen begegnen ja netten leuten nein wollen sie uns ausrauben gut möglich ja 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 und jetzt willst du hin hin her hin 20 das helfe die ganze zeit war unser bald von einem schutz symbolung geben aber Aber... das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Sobald gegen Kisten und Fässer. Aber ich wollte mal kurz was gucken. Wir können ja noch mal eben kurz speichern. Und ich wollte mal kurz gucken in der Kamera. Erste Spion. Weil gerade beim Kämpfen habe ich mir so das Gefühl gehabt, dass die Kamera so ein bisschen... ...echt gestocken bleibt. Wahrscheinlich, weil er die Bäume zerhackt hat, haben sie ihn deswegen gefunden. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Ich bin bereit. Pass auf! Pass auf! Wasser! Ich bin bereit! Es ist magisch. Gefahrenzeiger. Seid bereit, Junge. Jawohl! Seid bereit. Seid bereit. Bleib du sass! Hehehe! Oh! 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 Das war's. 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 der gezeiten für den kurzen das ist ja schon mal und da auch das ist schon mal sehr schön habe ich da ist der berg gehen wir noch nicht sie hält siehst du und dann klatsch festhalten bleib ruhig bin gleich da hallo bringt uns mehr draugat sie stehen so still sind sie tot ich meine noch toter die sind verzaubert gegner schwierigkeitsgrad natürlich die farbe und zahlen um gesundheitsparten angezeigt natürlich gesundheitsparten sind entsprechen der stärke im vergleich zu kathos grün bis lila gefärbt ja 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 Aber das Ding muss ich immer irgendwie aufladen, damit ich ja zum Beispiel kann, aber das ist das Gefühl. Das ist der Deklack. das war der letzte war ich besser dir noch mehr zeit es ist egal wenn du nur ein einziges mal schießt zeigt dass du die kontrolle hast das stimmt jetzt auch nicht ja sie mal ließ es das hier war mal ein marktplatz riesen haben hier vor langer zeit mit den göttern handel betrieben obwohl jemals hier war ich habe so viel komisch ist etwas gleich auch im zufrieden ja die befürchtung habe ich auch gerade ja und ich komme gerade nicht weg wie 1 1 und 1 Ja, das ist ja so. das ist ganz schön stark ja danke das sehe ich selber also ich fast gut bin ich komme auch nicht so ganz gut das steuerungsrecht muss ich sagen aber wir speichern hörst du das was ist das wird sich zeigen bleib in meiner nähe wenn ich jetzt eigentlich irgendwas verbessern ich kann noch sondern da erfordert vitalität 125 ja stillkampf kernkampf rechter schild da kann ich auch schon rechte auch schon was kaufen hier ich will ja das nehmen was haben wir unter schildkampf kirischen block durchbrechen kampf zollangriff rasender schmetterangriff ich würde sagen wir nehmen das hier mal mit fernkampf frostwurf nahkampf habe ich jetzt nicht genug punkte für holz des frostes der sieht nicht schlecht aus vernichtender sturm aber wie gesagt habe ich jetzt nicht genug ep für das verbesserung kann ich die schon verbessern wir gehen also auf den gruseligen gesammelt zu kampf kampf La-du-du-du-du! Bissam, bissam! Tum-da-um! Hehe! Krita! Ha! Krita! Sie ist einfach der Spunschlitter! Ha! 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 Deine Axt! Aber nichts für deine Pfeile! Feuer! Ha! 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 Ja, toll, der Schotter kommt ja nicht ausreichend. auch die bergweine junge was not mit dir